Drittes Türchen. Mutter? Vater? Leise betraten sie einen riesigen Salon. In dem Sessel vor dem Kamin saß ihr Vater, aber er sah sie nicht, denn der Sessel stand so, dass wenn man darauf saß, ins Feuer blickte. Daneben stand ihre Mutter und starrte abwesend in die lodernden Flammen. Ihre Augen wirkten so ausdruckslos, leer und verloren. Da begann sie mit schwacher Stimme zu sprechen, in welcher noch etwas anderes mitschwangen. Trauer. Tom, erinnerst du dich? Heute vor 17 Jahren. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie wirklich tot ist. Heute wäre unser geliebter Engel 17 geworden. Sie schluchzte. Hermine stockte der Atem. Sie hatte sie, als sie die geliebten Engel bezeichnet, und da Bella es gerade gesagt hatte, fiel ihr auch ein, dass sie tatsächlich heute Geburtstag hatte. Tom nahm ihre Hand in seine und flüsterte wehmütig. Ja, Bella, ich weiß, es ist einfach so schrecklich. Das alles hätte nicht passieren dürfen. Ich, ich allein hätte es verhindern müssen. Und jetzt haben wir sie verloren für immer. Ach, wie gern würde ich sie noch einmal in den Arm nehmen und ihr sagen. Wie sehr ich sie liebe. Doch es ist zu spät. Seine liebevollen, sehnsüchtigen Wörter halten in ihren Ohren nach. Am liebsten wäre sie zu ihnen hingegangen, würde sie umarmen und nie wieder loslassen. Doch das waren Lord Voldemort und Bellatrix Lestrange. Die ergebenste, fanatischte Todesserin. Zwei der schlimmsten Menschen. Der schlimmsten Schwarzmagier und die fieseste Hexe. Das zumindest hatte man ihr gesagt. Sie war beklommen, als ihre Gefühle in ihr miteinander stritten. Hinlaufen, sich offenbaren und endlich ihre richtigen Eltern kennenlernen. Erneut oder weglaufen, verschwinden, apparieren. Irgendwohin, nur weg. Meilen weit weg. Doch Lucius hielt sie zurück. Auf einmal schrie Bellatrix leidend. Sie ist tot. Unser geliebter Engel ist tot. Und das nur wegen der Verurteilung von uns. Darum haben sie unser Mädchen büßen lassen. Dabei, wir waren doch gar nicht schuld. Du bist doch nur zu den Pottos, um etwas über ihren Verbleib zu erfahren. Und sie haben versucht, dich zu töten. Und ich bin doch nur zu den Langbatten zwei, weil sie geholt haben, heimlich. Und sie wussten doch, es ging doch nicht. Sie brach ab und schluchzte leise. Hermines Herz krampfte sich bei dieser Szene schmerzhaft zusammen. Plötzlich entfuhr ihr ein Tränen ersticktes. Nein! Sie hatte es nicht verhindern können. Lucius erstarrte neben ihr, als Bella zu Tom gewandt sprach. Hast du das auch gehört? Ich, ich halluzioniere doch nicht. Ihr Blick war hastig zu ihm geglitten. Er nickte leicht. Beide fuhren abrupt mit erhobenen Zauberstäben herum. Als Bellas Augen sie erblickte, weiteten sich ihre Augen ungläubig. Tom, kann das sein? Flüsterte sie fast andächtig. Sie machte einen kleinen Schritt auf Hermine zu. Der Zauberstab senkte sich. Er antwortete nicht, sondern flüsterte mit gebrochener Stimme. Hermine Eileen lässt rein schütteln. »Bist du es wirklich?« Lucius und Bellatrix hielten den Atem an. Beide warteten gespannt auf Hermines Antwort. Hermine errötete und flüsterte. »Ja, zumindest laut Abstimmungstest seid ihr meine Eltern und meine Mutter, also ja, ich bin es. Ich bin nicht tot, ich lebe. Und ich bin so froh, endlich die Wahrheit zu wissen. Lucius war mit mir essen und hat es mir erzählt.« Ihre Eltern starrten sich sprachlos, überrascht, ja fast fassungslos an. Bellatrix sammelte sich als erstes und stürmte auf sie zu, um sie dann stürmisch in die Arme zu schließen. Als Bellatrix anfing zu weinen, ließ auch Hermine ihre Tränen freien Lauf. »Oh, mein Engel, wenn du nur wüsstest, wie froh ich bin, dass du lebst. Ich glaubte, du seist tot, oh mein Engel, wo bist du nur gewesen?« »Ich wurde adoptiert. Sie haben mich verzaubert. Ich hatte euch vergessen.« Als Tom zu ihnen trat, ließ ihre Mutter sie los. Sofort wurde sie von ihrem Vater in die Arme gezogen. »Oh, meine Kleine, ich bin so glücklich, so endendlich glücklich. Aber bitte verzeih mir und deiner Mutter. Du musst wissen, wir griffen die sogenannten guten Seiten nur an, der Dumbledore dich uns vor 17 Jahren wegnahm, dein Aussehen veränderte und dich zur Adoption freigab. Wir wollten Rache. Immerhin hat er uns das Liebste, das Kostbarste genommen. Und das alles nur, weil er eigene Beweggründe hatte. »Mom, Dad, ich verzeih euch alles, jetzt wo ich die Wahrheit kenne. Meine Erinnerungen langsam durch die Lösung des Zaubers, der auf mir lag, zurückkehren. Und ich von euren Beweggründen weiß, verstehe ich euch vollkommen. Und eins ist sicher, ich hasse Dumbledore für das, was er uns antat. Dafür, dass ich von seinen Leuten entführt wurde, obwohl ich bei sehr netten Muggeln aufwuchs.« Tom und Bella fingen an, aus tiefsten Herzen zu lachen. »Wir werden diese Muggel dafür danken und sie gut für ihre Vorsorge belohnen. Wir werden sie kennenlernen, Hermine Eileen. Wir werden sie ehren, denn vermutlich wurden sie auch verzaubert. Denn uns wurde berichtet, dass sie nie geglaubt haben, dass du nur adoptiert bist für die Grangers. Denn so hießen die Muggel ja, warst du ihre Tochter. Da haben Dumbledore und seine Anhänger wohl auch einiges gedreht. Dann erinnerte sich Tom wieder des weiteren Anwesenden, der die ganze Szene still und ruhig beobachtete. »Lucius, ich danke dir. Für alles. Aber vor allem für meine Tochter. Und ich hoffe, du wirst mir bei der Vergeltung helfen. Aber das hat noch viel Zeit. Schließlich ist Rache ein Gericht, das man am besten kalt genießen wird.« Lucius nickte lächelnd. »Selbstverständlich bin ich an eurer Seite, mein Lord.« Und apparierte, um die Familie in Ruhe zu lassen. Stalt sprach Bella. »Du bist schön, mein Engel.« Sie lächelte etwas scheu und entgegnete. »Wie soll es anders sein? Schließlich seid ihr meine Eltern. Und vergesst nie, ich liebe euch über alles. Jetzt, wo der Zauber von Dumbledore weg ist. Dank Lucius erinnere ich mich auch langsam wieder an euch, an meine ersten Jahre hier und auf La Strange Manor und im Black House. Wobei, ich, ich war da. Aber ich habe mich dort nicht erinnert. Vielleicht ja, ich glaube, Dumbledore hat die Zauber verstärkt. Komplizierte Zauber mit Hilfe von Mad-Eye Moody auf mich geworben. Einiges war verschwommen, während ich im fünften Schuljahr dort war. Und das Haus? Es gehört jetzt Harry Potter. Weil Sirius hat es ihm vererbt. Bellatrix streichelte sanft über die Wange und flüsterte. »Wir lieben dich auch, Prinzessin.« »Wir dich auch.« Dann lächelte sie etwas düster. »Und glaub mir, wir können das Black House von Potter zurückholen.« Und ihr Lächeln wurde geheimnisvoll. Hermine sah sie überrascht an. »Nun ja, ich bin eine geborene Black, mein kleiner Liebling.« »Und der erste Black, Moncoros et Ratnius Noor, kam mit den Normanen unter Wilhelm, dem Eroberernsland, bekam von ihm auch das eine oder andere Privileg. Und dazu gehörte auch, dass nur jemand mit dem Blut der Blacks, solange einer aus dem Hause Blacks existiert und auf dem Wandteppich erscheint. Und ich werde dafür sorgen, dass du darauf auftauchst, mein Liebling, das Haus erben kann. Nur jemand, der von beiden Seiten sein magisches Erbe bekommen hat. Harry Potter ist kein Black. Er könnte das Haus nur halten, wenn es keine reinen gebürtigen Blacks mehr gäbe. Das Haus wehrt sich hier und da gegen ihn. Die Haushelfen der Blacks, ich glaube Creature, lebt noch, wird ihm nicht von Herzen dienen und auch jeder nachfolgenden Elfe nicht. Das liegt in der Natur der Dinge. Hermine, wenn du das Haus willst, ein ehemaliges Zuhause, liebes, dann holen wir es uns irgendwann zurück. Nachdem Tom seine schöne Tochter genauer gemustert hatte, sagte er sanft, Hermine, du siehst bezaubernd aus. Das Kleid ist wundervoll. Die Sliverenfarben stehen dir ausgezeichnet. Sie harmonieren vollkommen mit deiner Schönheit. Sie errötete. Danke, Dad. Ja, als ich die Wahrheit noch nicht wusste, fragte ich mich auch, warum ausgerechnet die Sliverenfarben, meine Lieblingsfarben sind. Und Dad, ich möchte offiziell Hermine Eileen des Strange Riddles sein. Er lächelte. Natürlich, mein Engel. Aber bist du dir wirklich sicher? Denn es ist wahrscheinlich, dass du bald merken wirst, dass nicht alle deine Freunde wahre Freunde sind, wenn sie wissen, wer du wirklich bist. Sie nickte. Ja, Dad, ich möchte offen zeigen, wer meine Familie ist. Auch wenn es schwer wird, werde ich es wohl schaffen, über den Verlust mancher Freunde hinwegzukommen. Ich will mit meinen wahren Aussehen und meinem richtigen Namen in der Zaubererwelt leben. Ihre Eltern lächelten stolz. Auf einmal klopfte es. Ja, nein, rief Tom. Es war Draco Malfoy. Hermine, es tut mir leid. Ich wusste ja nicht, wer du wirklich bist. Verzeih mir bitte all die Jahre, all die Jahre, die ich dich in Hogwarts schikaniert habe. Natürlich, Draco. Du wusstest ja nicht, dass ich ein Reimblut bin. Du dachtest ja, genau wie ich, ich sei ein Schlammlut, sprach sie sanft und lächelte. Draco umarmte sie, was Hermine erwiderte. Sie merkte, wie sich die Miene ihrer Eltern verdüsterten und dass Dracos Vergeltung zu drohen schien. An ihren Vater gewandt bat sie. Bitte seid nicht sauer, dass er mich all die Jahre Schlammlut nannte. Er wusste es ja nicht besser. Tom Riddle nickte mit einem sofort wieder freundlichen Lächeln. Sie lächelte ein wenig Kokett. Und eine Bitte hab ich. Kannst du bitte deine alte Gestalt annehmen? Früher warst du nämlich wirklich attraktiv und heiß, gestand sie. Tom lächelte amüsiert und schenkte ihr, als er wie früher aussah, ein charmantes Lächeln. Draco grinste ebenfalls amüsiert, dass Hermine ihren Vater als heiß bezeichnete. Die junge Hexe erklärte, Draco, übrigens, ich heiße jetzt Hermine Aileen, der Strange Riddle. Der Angesprochene lächelte warm, deutete eine Verbeugung an und sagte, Sehr schöner Name, Cousinchen. Er lächelte dankbar, trat auf ihn zu und küsste ihn liebevoll auf die Wange. Tom und Bella glucksten amüsiert. Draco, Hermine bekommt das Zimmer neben deinem. Das war immer für unser ältestes Kind vorgesehen. Zeigst du es ihr bitte und auch am besten gleich den Rest des Manners. Sehr gerne, Onkel, Tante, sprach Draco höflich und verneigte sich leicht vor Tom. Dieser jedoch machte eine unwirsche Handbewegung, die andeutete, dass er sich nicht vor erneigen bräuchte. Draco blickte bewundern Tom an und reichte der neuen Hermine den Arm. Dieser ergriff ihn strahlen und er verließ mit ihr den Salam. sondern auch hier, dass er Sieg von der Kott und erfolgt sein.